ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde LS 19 auf der Map Felsbrunnen im Multiplayer mit dem Max Maas kann man ja so sagen so ist ja der Name er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal der heißt der müsste Max Maas heißen oder wie heißt er Max Maas verlinken wir in der Videobeschreibung ähm und wir fahren jetzt sehen wie auch schon angekündigt nächste Folge haben wir dann vor ähm weil wir haben oder er hat sich einen neuen Traktor gekauft und zwar aber was ist das für ein Traktor was hast du dir für ein Traktor gekauft auf jeden Fall alter ein Mb-Trak 1800 in der Gruppe ich bin gleich sehen ich sehe damit auch an gibt mal Gas also der hat schon zu richtigen Sound Prozent wo soll ich drauf fahren äh ach das fällt hier Weizen und hier äh ja da das auch beide Weizen ich würde sagen dass du das große machst und ich das mache das kleine oder ja ich will nur kurz mein GPS anstellen kann ich schon hier machen ja muss ich nochmal nachjustieren Weizen ja ok hoch da hab ich ihn rumgeworfen so so müsste es passen jetzt mit der Breite ja so passt das ist der Pultier ja nächste Folge haben wir vor in Wald zu fahren und zu machen ja bis hin Holz hacken da kann man schon kann man schon welche kaufen theoretisch Prozent die Ferse ne die Verses ich hole mir das Beil und die Axt ja was ist eigentlich eine CM-Mühle ich glaub die macht Stroh ich glaub auch dass man da einfach Ballen reinschmeißt und die Häckse das wieder zur flüssigen Dings weißt du also nicht flüssig aber zur nicht festen Bestandteil so ich sehe schon du hast hier in Prozent Prozent eine Halle gekauft das steht auch in einem Beitrag drin wenn ich mich nicht recht in Sinne was ich das sehe ja die Tag oder im Beitrags besser gesagt meine zwei mein kleiner und mein mittlerer stehen da drin okay dann ist mein kleiner ist bei Wartung hat den haben wir in der letzten Folge richtig herangenommen ja wenn nicht sogar schon zerstört ja würde ich sagen so man nachher noch ist tiert man hört ihn bis hier denn im Beitrag ja bis in die Kabine sehr laut hier drin das glaube ich wenn ich den schon so höher und ich bin in der Kabine und die GoPro nimmt es also die ehren auch Pro keine Werbung Prozent nimmt es so auf dann ist es ganz schön laut und wie es so ob sie das mitmacht Nobo ja mal schauen wasser Holz wird mal wieder Prozent wenn wir in Wald fahren wird was ganz besonderes mit der äh no pro Holz holen und gleich im Wald sparten weit brennholz mindestens furnwfall sind descriptions das ha her guck hat lege guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und er hat auch mit ihn und ihn mit dem Film er hat er habe ich auch vor mit Kabinen und allem das kann ich dir heute schon machen genug Zeit hier fährt er etwas länger er hat immer uns gehen so Motorausführung Scheinwerfer so ja habe ich mich gekauft ja 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 Nein, auch gerade mal von der Wartung geholt von gestern, da wurde gewartet, nur mal Kaltriegen aufgetauscht. Das war's wert gestern. Ja. Das hat gestern so Spaß gemacht, ne? Text. Vor allen Dingen, wie der den einfach gezogen hat, ne? Der hat ihn einfach gezogen. Ja, das ist ein riesigen, riesigen Krampel. Der hat mir vorgestellt, dass er das schwerer macht. Ja, habe ich mir auch vorgestellt. Aber er zieht das Ding einfach komplett bis nach Backblatt. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge und ja, weil wir haben wir hier noch ein bisschen zu machen. Wir tun hier zusammen noch ansehen. Ja, und dann sehen wir uns in der... Ja, geht's dann, sehen wir uns quasi... auf dem Weg dann zum Wald. Ja. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.